hallo und guten tag hat er gesagt schaufel haben wir endlich das ist cool bin hier gerade so ein bisschen auf flucht weil da sind irgendwelche affen ich weiß gar nicht ob wir jetzt hier so nach oben gehen können da vielleicht schon ein bisschen buddeln können würde es gerne mal ausprobieren deswegen kann sein dass das eine höhle ist dann könnte ich es mir markieren und wir haben ja ein bisschen was zu bauen wir können jetzt schildkröten und die haben wir ja ziemlich in der nähe nur jetzt ein wenig kopf hauen liebe band habe ich denn eigentlich im moment mein muss man hier kurz mal gut gar keins oder auch fünf aus aber lange um sich dahin zu stellen so bei euch auch so länger was spielt ich weiß nicht ob wir mit dem patchen dann ist ein paar kommen also hier weil wir ja den zweiten größeren patch gekriegt haben also wenn die von der rate dazu weitermachen wo ja mal sagen dann haben wir wollen die goldige zeiten bis zum vollversion release können wir uns ja auch irgendwann also auch auf viel freunden würde jetzt hier nicht so viel wenn also jetzt sind niemand mehr erwartet hier immer noch der typ den wir hier runter stoßen wahrscheinlich okay aber hier liegt immer ein seil und müssen wir zu essen ist immer gut so dann weiß ich nicht ob wir weiter da oben da was haben wenn wir eh schon mal unterwegs sind ne ich würde gerne halt abgraben dann haben wir hinter uns ne ich kann mein glück eine bastel ne so war ja unser kleiner character so ein bisschen mal quatsch nein 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 und mal ein bisschen so dosenfutter rein was wahnsinn guck mal da hinten da haben wir schon mal dreimal irgendwie so ein haus ne aber wir haben jetzt hier nichts in der nähe müssten eigentlich uns auch mal was bauen ne kommt drauf an wenn man da vorne ist also hier haben wir erst mal schon mal und hier keine warum habt ihr alle kein klebewand bei wo springt ihr denn rum mal da ich weiß nicht wer die brutalen sind aber er wirkt jetzt sehr grausam was ich hier gemacht habe naja ich mag das nicht dass ihr hier diese skulpturen die werden ja ausrasten ich würde ausrasten wenn ich nach hause komme frau ist tot der lager ist im trümmern alles riecht nach ekligen mensch wird ausrasten komplette da ist der pingpong abend gelaufen oder bingo oder was auch immer die spielen noch ein rascheln das ist dann da ist dann vorbei da hast du dann auch gar kein bock mehr ne irgendwas große steine können wir nehmen das ist schon mal gut und letztendlich ist ja hier jetzt auch egal weil wir kommen eigentlich immer näher aber das ist doch auch ein höhlen eingang oder ne das ist eine ausgrabungsstätte da haben wir schon mal etwas hier mit der schaufel jetzt nehmen wir uns mal die schaufel und fangen an zu schaufeln ok wie schaufelt ja ne wir wissen ja ob der eingang hier schön ist aber wir gehen hier erstmal haben uns jetzt hier halt frei war noch nicht benutzen ja den eingang ich werde gehen machen weil ich habe mir kein bock dass hier welche kommen ja so gut hast du jetzt eine ja dankeschön und drin hier habe ich mich erschrocken dann war das gar kein feind der da kam ist von der niki jetzt kommen aber ich glaube oben war doch noch ein feind wir können ja zum glück hinterher kommen aber da man hier stehen auch mal was zu trinken so wollen wir uns ein zeit hier bauen hier geht es ja einfach nur darum dass wo wir speichern können oder so weil wegen kleiner schisser und sowas ne munition ich weiß ja nicht ob die munition hier so wichtig ist wir sollten uns vielleicht mal weil ich ja die phase hat glaube ich auch dann neun habe die ja ich ja ach ne der ich gar nicht das limbische ach so das ist auf der zwei gut dann lassen wir das mal Wichtige Dupt-Tapes! Lebt hier noch irgendwas? Ok, hab ich mir fast gedenkt. Die haben wir noch... Lass nicht so viele leben hier. Ok... Die Feuer... Ja, Axt! Ja, das kann man nicht kaputt schlagen, ne? Ok, hier ist so eine Sackgasse einfach nur. Das kann man nicht kaputt machen, ok? Man muss die Atmosphäre hier mitnehmen. Seht hier so jub, ne? Obwohl ich ja sagen muss... Oh, was ist das denn? Weser... Was ist das denn hier? E-Mail... Mr. Puffins! Ah, wir können hier noch... Ah, wir können hier auch noch. Und wir haben einen Wartungs-Key. Ah! Ich glaube, ich mache mir hier ein kleines Feuerchen, ne? Einfach so, für das Fleisch. Ah, ja. Viel Fleisch. Ah, ja. Viel Fleisch. Ich glaube, durch. Meinst du? Kriegen wir durch? Ein bisschen Werte. Oh, ja. Ja, dann reicht es ja schon. Das ist aber auch nur so ein Ding drüber, ne? Nur einer. Ah, ja. War der davor auch schon? Das würde mich mal so interessieren, ne? Naja, dann machen wir ein bisschen. So. Ähm. Druckerpfeile würden mich ja auch interessieren, ne? Wie viel habe ich davon noch? Da, ich 15. Ah, guck mal. Nur noch 7, ne? Ja, dann stellen wir ein paar Jahre, ne? Achso. Bevor ich jetzt ja mal hier... So. 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 Das ist aber effektiv das Wasser, muss ich mal sagen. Gleich, ob es hier vielleicht ein bisschen noch mehr gibt, aber... Du denkst gar nicht, ob ich dahinten lang nicht, ne? aber cool wird wenn wir ja hier vom drucker noch irgendwas geiles herstellen könnten also noch mehr irgendwie was richtig cool geiles das gucken wir uns gleich mal an ob es hier noch mehr gibt das nervt mich ein bisschen das geräusch aber privat ja auch selber so was haben wir denn hier schönes wir haben was wir hinterhaken mensch tisch kämmer alles verlassen wir mal die wunderschöne geräusch hier das ist wirklich hier dass wir hier auch mal ein bisschen speichern können fähnchen bin aber wir haben eine butler uniform jaja jetzt ist gut weg pack weg ist okay wir haben es ja gesehen jetzt anzug aber schade dass das hier jetzt schon war hier nach hinten gibt es auch nichts weil sie sind dann hier wahrscheinlich nicht durchgebrochen aber wir haben die achse gefunden ist doch schon mal auch ein bisschen was schönes ne ist jetzt nicht ich glaube oben ist nacht schlafen lieber bis zum tag schlafen jude zieht besser aus läuft auf der falschen seite nach oben meine herz dame kommt da schon wieder was hat die denn schönes knickt die bären kenne ich doch ja nicht aber jetzt hat sie wenigstens auch so ein dubbel guti ich würde sagen wenn wir jetzt schon mal hier sind da ist der eingang das unser zuhause und da gerade zu gibt es die spruchflinte ich gucke mir jetzt erst mal die spruchflinte wenn ich ihr das gebe die spruchflinte dann kann ich das bestimmt auch wieder wegnehmen oder nicht ich würde und danach wollen wir ja ein bisschen mit dem haus weitermachen also die keycard dazu benutzen das steht jetzt eh denn denke ich mal zumindest in der nähe von unseren lager da ist ja so ein eingang wo wir die keycard brauchen würde ich gerne auszuprobieren ob wir das machen können sollte hier das hier mal nehmen ja bis wie meine das ein bisschen sauer hätte es ist mutanten rüstung kraft hier weggenommen oh ich fühle mir muss da einen ich sehe schon gefühlt zu zucker nix hier so du brust mädchen ne da müssen wir jetzt wieder alte kulturen uns so haha alte kulturen ist gut man in einem stock hier hätte man ja auch mal ein paar stücker sammeln können mit der joni geht nicht alle hier wahrscheinlich nur eine kleine patrouille irgendwie erwischt ne gemütlich sehr gemütlich im wald sehr nur weg packen und wirktet ein bisschen cooler guck mal die a man sieht da so ein schimmer drum die verbrannt wird so die frage ist natürlich jetzt ich hier wir haben sieben mal klebeband aber könnten ein paar öffnen klebeband ja einfach zu voll du willst dann nicht verbrennen warte mal klebeband ich bin totes erschrocken ey du dreierkopf ey das heißt nisch ne ja und sie machen wir das hier noch einfach aus angst beschissen ist ja immer wir haben ja taschen aber wir können ja nicht so nehmen ach du blöder arsch ey ich hab doch gerade mir was hergestellt ach digger oh jetzt hat er mir alles genommen er hat mir alles genommen ach man schön teuer ich wollte gerade sagen jetzt ist alles sehr 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 blöd teuer da ist man einmal im menü ne einmal im menü kann ich nochmal heute muss man ja wasserflasche auffüllen ne das wäre eigentlich mal ganz gut so ich kann ja nichts mehr können wir jetzt vielleicht noch eine tasche öffnen das wäre eigentlich auch ganz gut das ist doch geil dann kommen wir ja in den genuss dafür mal wieder seile brauchen aber ich sage euch ich mache jetzt sicher keinen nimm die jetzt nicht so genug und weiter geht's müssen wir da lang ich habe vergessen wo wir lang müssen da lang müssen wir gut ach gelben steht richtig gut ich wusste ja nicht dass er schon wieder hier so eine google map im kopf hat ne und was läuft doch hier keine ahnung ich weiß nicht was da läuft aber und was ist hier gerade komisch mit gerannt wir kennen uns noch die ach die kleinen viecher sind ach du heiliger ich dachte gerade was ist hier los da hinten können wir auch speichern dann holen wir uns das jetzt noch ne das kennen wir ja noch aus dem aus dem stream ach guck mal hier ja alter wurde ich auch mal weil wir wollten ja mal gucken was hier bei den da bin ich ach so da ich bin auf der falschen seite ja ja hier haben wir auch ach so ah ok ich bin mm ich kann sie doch kaputt an so eins haben wir noch noch viele jetzt hier und jetzt echt eigentlich nicht jetzt aber schnell jetzt sind noch mal patrouille ich habe keinen bock einfach keinen bock also mit ein bisschen mehr dubtape ja aber alle heute um ab der offenen türen was muss er sein ich hoffe nur da hinten ist der nächste da vielleicht ein bisschen ruhe ich will ja in ruhe graben wenn man am anfang noch kann diese fußstapfen von diesen kleinen eichhörnchen das ist so ätzend jedes mal denke da kommt irgendwas angeschissen jetzt aber es wahnsinn bei den spiel mal mal so gesagt wenn man so überlegt wie viel dubtape in den koffer sind also ich hatte noch nie klebeband dabei in meinem ganzen leben nicht das egal warum nächste drehe wenn oder sonst irgendwas einfach noch nie so viel liebe waren dabei also wirst du wir können erstmal auch unsere flasche auf ja gut aber anders würde es ja auch nicht machen okay ich komme in deine richtung mein freund und da ich war es auch gar nicht ich wusste nicht dass sie dir gehört ich würde gar nichts machen ich habe es auch gar nicht so gemein schwöre einiger schwur ich speichere erstmal und dann gehen wir da nochmal aber immer überall die sein müssen jetzt sind jetzt sind was 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 ist das? Genau jetzt müssen alle kommen hier, ne? Gucken wir gleich ein paar Taschen herfen. Ja. Ja. Immer auf den Kopfschutz achten. Meine Freunde. Oh Mann. Immer auf den Kopfschutz achten, meine Freunde. Ich hatte gehört. Warum kommt ihr immer so an, ihr Schissen? Ich habe das Glück. Wo seid ihr denn? Auf dem High Ground. Oh! Du Junge! Was machst du hier? Oh! Oh! Hast du einen gesehen? Oder? Da hinten? Sicher? Nicht verorschend, ne? Nicht verorschend! Weil wegen knappe Muskelmasse. Wo denn hier? Da hinten? Geil! So! Guti! Nur würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe hier nämlich gar keinen Bock mehr. Ich renne jetzt einfach nur noch weg. Also. Bis denn. Ciao, ciao. Auf die Knarre! cannon. Boah, wie gut!